Oh, schnell, schnell, mach auf gelb, mach auf, mach auf gelb. Gut, weil blau gegen blau wäre natürlich fatal gewesen. Naja, aber vielleicht hätten wir dadurch mal eine Chance. Ach, weil die anderen noch bewirrter sind. Ja. Ach so, jetzt. Wenn du R1 gedrückt lässt, zum Beispiel, in der Abwehr, und wir haben keinen, und du bist nicht selber dabei, sondern dirigierst ja fair, dann rufst du dich zum Pressen. Mit R1. Okay. Sie sehen ja, wie der Rückpass war, ja. Jetzt da vorne laufen, sehr schön. Oh, das hat dann logisch gespielt. Wie war denn der Gelbe? Wie geht? Wie geht eigentlich wieder? Okay. Oh, der ist von der Rudi nahe drinnen gesehen. Was war denn das? Da kommt irgendwie mit. Da ist die Ball, der Oberruf. Oh, viel Platz jetzt. Wie geh ran da? Warum er sich denn nicht holt, ja, nee, dann lässt er lieber eh auf Wegballen. Ja, die können nicht klären, sind weiter in den Rängels. Ja, die können nicht so ein Tor machen. Der Mutter ist gestohlen. Hier, viel früher hätte es passen können. Ich hab extra hier gesagt. Ja, ich hab's gehört und nicht gehört. Als dein bester Kunde, ja, da muss er Präzisionspass kommen. Wollt grad sagen, worin der denn nun? Was sie hier? Unnötig aber groß. Gefährlich der Stahlpass. Ganz energisch. Gefährlich in 10. Torwart kannst du mit Dreieck rausholen. Der Ball wurde gut weggefaustet. Faul. Faul, Alter. Ich kann mal mit Vorsinn. Wichtige Zellkriege hier. Nein, das ist schwach. Zu viel. Schön. Jetzt auf Flieger. Mal holen. Schön dazwischen gegangen. Da ist der Torstuhl, damit Sie aufpassen. Ich hab mir nichts zu sagen. Helfer geht's. Da kommt der Eger. Ja, geht gut dazwischen. Jetzt wird's gefährlich werden. Flanken, komm rein. Gute Einsatz. Fall ist. Ich will gleich nochmal auflanken. Boah, schau krank. Boah, schau krank. Gut und fair, das Ding. Gäste sind bei Ballbesitz. Aber ich glaub, das kann nicht völlig los sein. Die Beeren buchsen hier auf. Die sehr, sehr effektive, die ersterer. Wir stellen uns nicht drauf an. Also, so sind wir eigentlich wirklich besser. Also, das muss man so lassen. Das ist so, ja. Ah, das könnte was werden jetzt. Schwer Aktion. Was sehen wir? Klasse Aktion. Ball ist weg. Auf außen ist jetzt Platz. Klasse Ball, Herr Obo. Dollar Zweigabend. Messi. Sie sind bei der Ballfrage. D-Ball runter. Halt verteidigen ist eindeutig besser. Wenn man käme auf den O-Street macht. Ja, war zu viel Bedrängnis. Und vorne müssen wir versuchen, ruhiger zu spielen. Nicht gleich, sofort immer passen. Und ein bisschen kicken. Ja. Mit L2, wenn du L2 hast, dann schormst du den Ball ja noch so ein bisschen ab. Nur mit dem Körper einen Platz. Dann kommen die nicht so leicht an den Ball ran. Ja, genau. Das ist schon was, ja. Dann mal ein bisschen kicken, wo sich lohnt hinzupassen. Alles. Das sind so kinder Upp настроier die da vorne. Gute Chance für eine Planke. Einmal. Gute Aktion. Na guck mal, 1-0 zur Halbzeit ist ja ja nichts. Ja, sieht echt gut aus. Wir wollten uns einfach auch noch nicht so doll deprimieren. Ey, nun denk doch mal positiv, Mensch. Was bist du nur für ein Kapitän? Nee, den bin ich ja nicht. Der Kapitän ist der Saarländer gerade. Ja, stimmt, ja. Mitten im Angriff, das ist so typisch wie für einen. Mitten im Angriff, der pfeift da ab. Naja, Jungs, ist noch nichts verloren. Nee. Schusspräzision, 0%. Ja klar, wir haben auch nichts aufs Zwar bekommen. Der einzige Schuss, der von mir kam, der ging auf den Schenkel. Aber auf jeden Fall, die Verteidigung steht deutlich besser hinten. Und wir haben mehr vom Mittelfeld. Genau, das ist es ja. Das ist so schon wesentlich besser. Und jetzt machen wir den Arena. Jetzt sollten wir den Marathon wirklich füllen. Schau, 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 schau. Ja, du kommst rein. Ja, oh. Mensch, wie viele Vorlagen muss ich euch denn noch geben, ey. Ja, guck mal, so haben wir schon mal ein bisschen Respekt verschafft. Zwei Chancen hintereinander, ne? Ja. Ja, Flanker. Ah, schade, kriegst du nicht mehr. Ja. Das war halt schlecht. Was macht er draus? Flank, wir kommen rein. Adi, Torfrau. Hat die Torfrau. Hat die Torfrau. Hat sie weggeguckt. Hat sie weggeguckt. Ah, ich glaube, das war natürlich kein Unterpass. Hat die Torfrau. Boah, das ist ein Traumstoff. Boah, das ist ein Traumstoff. Die Torfrau ist bester Mann bisher. Die Einschläge kommen näher. Die Latte ist jetzt seit wir beste Mann bei uns ja. Ja. Sie bleiben weiter genutig, obwohl sie ja klar wenden liegen. Ja. Oh, schade. Hast du nicht richtig gekriegt. Ne. Ja, wir wollten ja eigentlich nur was für die Torschussquote machen, dass sie nie bei Null steht. Ne, die haben wir auf jeden Fall. Ums Vierfachen mindestens. Das wird der Halbzeit ist eigentlich echt gut bisher. Und jetzt sind es hier noch 30 Minuten. Was probiert. Oh, böses Foul. Torwart ernähren. Ja. Sexueller Belästigung. Hm. Sie gehen dazwischen. Abseitsfall funktioniert doch schon. Haben wir alle den Griff? Können wir machen. Das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Nimm mal diese HS Tor. Ja. Sie sieht ja aus wie Elias. Ja. 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 Walk with Elias. Schade. Aber wir waren schon wirklich jetzt viel besser. Also es baut auf die Tore. Glaublich. Glaublich. aşk Oh, ich hab schon gepasst, ja, aber das ist die Schwäche. Tschö. Lassen können. Ich hab's hier. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Wir sind hier. Wunder, 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 Wunder! Das ist auch ein bisschen. Das für eine Freunde, wo ich in Herz und Seele gestehen ist, ist fast vorbei. Das war gut. Das war gut. Keine gute Reise, Abfallverlust. Zu spät leider. Boah, ich bin richtig schlecht. 5,5. 6,5. Du solltest auch ein Tor schießen, das ist klar wieder. Ja, weiß ich nicht. Jawohl! Hitler, ist alles so geplant? Super, mein Hitler, aber schlecht die Bewerbung. Ja, weil er es halt alles lange angegeben hat. Nein, 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 wer ist denn Dombiegel? Nein, 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 wer ist denn Dombiegel? Jetzt müssen Sie schnell spielen. Schießt! Wenn Sie schnell spielen, müssen Sie unterkontern. Und richtig entschieben, abseits. Das war aber auf jeden Fall schon mal... Das war ja schlecht. Sollen wir noch ernst machen? Machen wir zwei dann noch. Hm? Also zwei auf jeden Fall noch, oder, Detlef? Gut. Na ja. Oh ja. Fuck. So short. So short.